Das Alperlebnis Betuberg an der Lenk ist der Idealausflug für Familien mit kleinen und grossen Kindern. Im Erlebnisgondoli die Geschichten von Mona, Flöckli und Moritz hören, Murmeli beobachten und vielleicht mit dem Trottinett wieder runter ins Tal fahren. Auf unseren Erlebniswegen könnt ihr all die kleinen und grossen Wunder der Bergwelt von Neuem entdecken. Das Alperlebnis Betuberg an der Lenk. Das Alperlebnis Betuberg an der Lenk.